Unter Thomas Rai spielt ja Floro Molay endlich auch rein sportlich eine deutlich bessere Rolle und für viele Schalke-Fans ist er einer der Hoffnungsträger, weil er mit der einzige Kreativspieler ist, den man überhaupt im Kader hat. Nun hat wohl der FC Nantes aus Frankreich Interesse aus Molay. Es wurden bereits auch erste Gespräche geführt und die große Frage ist hier, verkauft Schalke ihn tatsächlich, wenn es ein konkretes Angebot gibt? Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, außer er ist wirklich unmoralisch und man würde 8, 9, 10 Millionen Euro geboten bekommen, aber das ist ja nicht realistisch. Deswegen wäre es für mich auf jeden Fall ein Fehler, ihn abzugeben. Genau so einen Spielertypen brauchst du und es ist gut, dass er mittlerweile ganz gut auch in Form ist und einen anderen Kreativspieler haben wir auch leider nicht bedingt durch die Verletzung von Salazar. Eure Meinung dazu und mehr News dazu gibt es natürlich auch hier auf Schalke Inside.